ARD Text im Auftrag von Funk Immer wenn ich zu, äh, weiter Kills renne, dann wird ein Buddy reportet. Und ich meine kein Buddy, sondern Buddy. Oh, Schulfi hat Falko gesehen? Nein, hat sie nicht, hat sie nicht, das ist Quatsch. Okay, Falko. Nee, das ist Quatsch. Glaubt der Frau kein Wort, sie hat es schon ein paar Mal geflunkert. Das ist Quatsch. Ich bin nicht der Judas. Okay, Falko. Nein, das ist Quatsch, das ist Quatsch. Nein, das ist Quatsch, das ist Quatsch. Du hast keine bessere Ausrede? Nee. Also ich weiß nicht, was ist passiert? Was ist passiert? Also Falko, sag erstmal, was passiert ist. Ja, ich habe auf jeden Fall Basti getötet und dann bin ich weggelaufen und Schulfi hat mich gesehen. Ach so, ja, das ergibt Sinn. Ja, ich wollte das erst noch vorher machen, aber dann warst du. Aber dann warst du. Ja, ich wollte das erst vorher machen. Warte doch mal, du hast Basti getötet, dann bist du weggelaufen und Schulfi hat mich gesehen. Ja, ja, ich habe Basti nicht umgebracht, dann bin ich weggelaufen, Schulfi hat mich gesehen und ja, Niko war auch in der Nähe und ein paar Mal zuvor. Ja, die Dinge fügen sich alle so langsam zusammen. Ja, genau, also Schulfi 100%ig, Schulfi safe. Der Fall ist eindeutig. Ja, Schulfi war es 100%. Ich habe gesagt, ich habe keine Ahnung. Nein, das war Schulfi. Das war Schulfi. Ich sage es, aber Schulfi 100%ig. Also... Aua. Ich habe heute echt kein Glück und dann kommt nur noch Pech dazu. Mein Gott, ey. Erst von McPay, dann von Schulfi. Die beiden Frauen, das ist heute echt das Kawa. Ich kann mit Frauen, ich merke das schon. Ich bin super drauf, ich bin super drauf. Ich bin super drauf.